Wir sind wieder, nichts verpasst, der Claptrap steht dann noch, blickt und guckt uns an und winkt. Also ich schau mal ins Inventar rein. Arriba, Arriba! Arriba! Also ich nehm mal die Schoddi. Welche Schoddi war das? Es war die, oh nein, das hab ich... Das ist die Pistole, alles klar, sonst hab ich die Schoddi. Also Inventar. Achso, das ist geordnet. Naja, wie ihr schon sehen könnt, das ist immer das gleiche, wenn Talies Borderlands 1. Äh... Was ist dieses Lila E? Was ist Euro? Ne, ich glaub es ist dieses Eridium. So, schau mal an. Jo. Hallo. So, endlich. Jetzt müssen wir wen finden, der sein Auge wieder einbaut. Cleaning up the Berg. Und wir reisen. So, hier ist die Southerrschel, Minion. Ich hab einfach mal ins Wort abgeschnitten. Wie schön die Waffe da aus, wenn ihr so im Kreis dreht. Arriba, Arriba! Oh, Treppenflit! Oh, Treppenflit! So, hier ist die Southerrschel. Ob sie das extra gemacht haben? Weil er quasi der unbediebteste war im ersten Teil, dass er jetzt noch immer ein Kopfgeld hat. Der Roland. Flint? Nee, Roland! Oh, da hat er alles in. Oh, mein Gott. No punch. A million bucks? Alright boys, this is Captain Flint. I want you to find that Vault Hunter and bring him to me now! Wir müssen aufpassen, er schmeißt auch gerne mit Schweißgeräten oder so. Klaptrap, mach mal auf, da! Hey, Hamelot! Spektakulär! First Captain Flint's Banditsattack, then Klaptrap shows up! I must have been horrified me cruel to puppies in a previous life, and deserve this kind of treatment. I say Vault Hunter, could you kill Flint's men for me? Klar können wir links Leute töten. Mach nur das Tor auf! Okay, so wird's auch. Ah, die geht voll nicht so gut. Okay, ich geh links dann. Aber ja, oh, so fett. Aber ja, oh, so fett. You give up! We'll just shoot you in the head! You'll be quick, clean, and a hell of a lot less painful, than what handsome Jackal to you! Oh no! Bogemon! Bogemon! Na, will man nach rechts ziehen? Bogemon! Bogemon! Die spielen Baseball mit mir! Bogemon! This ain't over, Grindr! Wo bleibt da? Hey! Hammerlock! Since my minion just saved your town, you want to do your bestie Claptrap a favor and repair my eye? Yes, I suppose I am in your death now, aren't I? Come to my shack and I shall restore Claptrap's sight. First I shall shut off the electrical fence for you. Please stay back, Vault Hunter! Let Claptrap go first! I knew Hammerlock would come around eventually! Me and him are like two peas in a pod! Two bullets in a mag! Two cannibal bitches in a fat guy's rib cage! Apologies, but when Claptrap speaks, I feel my brain cells committing suicide one by one. I shall be out directly. Hammerlock. Oh, Gentleman! He had the Claptrap out! He is shocked and blind and... Boah! Slug him in! I shoot! Oh! I got through! I can use a hero like you! Now, if you could hand me the robot's eye, please! Do you have that eye? No. It's a recording. Fuck it! Now, I need only to connect this to this. That should do it! Haha! I am here! I am here! Oh dear, he's talking again. Minion! Now, I've got my eyesight back! Minion! And you're far uglier than I remembered! Time to join up with the Crimson Raiders and Sanctuary! This glacier is full of nothing but murderers or jerkbags! Like that Hammerlock dude! I'm standing right here, huge! Now that Lyresburg is clear, I might as well turn on the main power! This town's full of things! It may be used to a go-getting Slayer of men like yourself! So, er will jetzt den Strom anmachen, weil's hier noch einige tolle Sachen zu entdecken gibt! I see our fearless leader Jack is looking for you! Charming fellow, isn't he? Spouts drivel about bringing peace to the frontier, then shoots unarmed men, women and children, like it was going out of style! Ha! Spouting Exposition again, aren't I? Apologies! Ein schwarzes Brett? Ha! There you are! Ah! You won't find me better! Come on, work! Curse you! Ah, fecal matter! The bounty board is broken! Oh! Ein Laden! Ammo dump! I planned the post of the jobs! Well, that's well, that's for 280! Was? Wo? Im Laden! Was gibt's für 280? Skill? Schild! Ein Schild? Oh! Als Special nicht! Ah! Ah! Ich hab nur 144! Ich spreche mal den guten hier, Jake hier, heim am Vorwand! Ja! So, wir haben... Erstmal gehen wir die ab! Wir kickern ein Schild! Und... Wurde das Schild geladen... Ach so, da hast du den nächsten Fall gar nicht angenommen! Jetzt nehme ich den nächsten an! Ja! Wir müssen den Schrieb aufklären, also... Die... 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 Ihr den... ...nachst da umbringen! Ich kann nur unseren Missionar, und ich glaube, sonst hier nichts mehr zu holen ist. Da hinten ist noch ein Laden mit so'n Yieldingchen... Und... Daher gibt's auch nichts tolles... das Schild ist ja auch immer schon angelegt. Mal kurz das Quest-Lock. Ich habe... Grab-Clap-Trap... Get to Claptrap's boat Und das... Hier gibt's noch eine Quest, die wir nicht erkundet haben Steht... 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 Ich weiß nicht, das scheint die, äh... Sorry-Quest zu sein, wenn die optionalen Quests machen Mach mir Und eine Quest haben wir noch nicht gemacht, ne? Steht da extra... Hier steht da oben links, glaub ich Auf der anderen Seite Da hat Karte Nee, macht was anderes Was ist das denn? Ah, da bekommen sich nochmal die... Das ist der Dingens Der kannst du wechseln Ah, das ist dein Gesicht Du hast uns kurzzeitig gesehen Jaja, ich seh genau wie du wechselst Du wirst schon Transforms bei uns Ja, einen HP-Balken übern Kopf halten So So Du hast eine Customization Station Du kannst das benutzen, um deine Apparenz Und um deine Skill-Pointe zu reduzieren Und um deine Skill-Pointe zu reduzieren Ja Ja Und um deine Skill-Pointe zu reduzieren Also jetzt... Wir wollen dann claim werden den... Graf... Graveyard Ja Jetzt In beginning Die Stadt ist nicht groß genug Ja Für uns beide Wir haben einen Bullimon Wer hat Bullymonk? Manni, was kann ich denn tun? Der sucht doch gar nicht, du. Was? Er trifft mich immer. Wie macht man so hart? Ja. Ah. Gut, steht aufgeladen. Boah, wie geil er schießt. Immer noch. Niesmal lang. Okay, ein Stein und die Pops. Nein, lass mich mal kurz. Geh mal kurz. Oh, jetzt hab ich gar zu viel Stein, der müsste ihn sehen, den er Luft zerschloss. Ah, das kann man auch? Äh. Hempty hab ich gehört. Yep. Hier ist so ein Magazin drauf, also so schnell Feuerwerk. Äh, ich hab auch gerade eins aufgeroben. Ach, schön, man nebst, wie soll ich drüber laufen auch? Ich lebe was grünes, hab ich gesehen? Ein, äh, ein Telefon. Ach so, ein Auto steht da? Ein Auto-Skin ist das. Unlock the skin for the Catch-Ride system when used from inside your inventory. Das ist ein Auto-Skin. Willst du? Dann nehm ich mal mit, ja. Und vielleicht finden wir noch eins. Ne, wir fahren ja eben gleich in der Auto rum. Wir spielen ja nur zusammen mit den Kapiteln. Für den guten Salvador, den ganzen Zerica. Wir müssen jetzt noch in den Teich springen. Ich will außen rumlaufen. Ja, das ist ja, das ist bestimmt die saurige Grube, wo man damals mal reingespielt. Ne, wir haben ja gar nicht getroffen unseren lieben Freund. Ja, aber der Knepper war doch nicht da drin. Ja. Ja, das ist recht. Ich glaube, ich packe auch die, äh, Spro-Finder gleich aus. Ja. 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 Okay, hier liegt ne, pisse. Erbräunig. Die ist Bonus-Explosive-Damage. Ja. Die liegen überall nur bis holen. Also, ok. Naja, ich rüste mal aus. Ah, die Schrotflinde. Äh, das Sturmge... Nein, ich hab keine Schrotflinde. Dann nehmen wir doch die goldene Piste, oder? Ich geh erstmal auch verkaufen, den anderen Schrot. Ah, dann kann man vergleichen. Ich guck mal die Piste, und zwar an die Stelle. Und da kommt jetzt die Piste hin, genau. Oh, wie schön die Waffe man hält, wenn man rennt. Mal kurz den Waffensound. Uh. Ha, hab mir gar nicht angeguckt. Dr. Z. Hm, der bekommt auch ein Schild, aber warum man nicht. Ja, ich verkaufe auch mal die Waffe, die ich nicht brauche. Umso los. Also ich weiß irgendwann, dass man da rum auf dieses eine Dach draufkommt. Das hab ich schon mal gemacht. Aber ich glaube nicht von hier, oder? Ah. Kein, weil du hast zu dick. Gleich, soll ich es dann mal gleich versuchen. Ah, selber halbe halte ich mal die Waffe, noch? Ja, noch. Äh. Wie bist du da rausbekommen? Über Claptrap? Ähm, von dem Blackboard aus. Achso. Man hätte auch über den Vorsprung rauspringen können. Über den Briefkasten meine ich. Ich kenne, glaube ich, eh ein bisschen höher als du. Haben wir das, ja? Dann seh ich mal hier mit dem Typen. Oh. Sir Hammer. Ja. So, da haben wir was bekommen. Na? Rifle. Hm. Und wir haben wieder zwei Quäste. Nehme ich jetzt beide an. Ja. Okay, wir müssen also ein besseres Schild holen. Hast du beide angenommen? Nehmen wir die eine Rifle wahr. Die scheint nämlich gar nicht so schlecht gewesen zu sein. Die equippe ich mal. Äh. Ja, die ist grün. Die packen wir mal in eine Piste. Nehmen wir mal die richtige Quest an. Best million ever machen wir später. Also wegen Level. Wir gehen einfach an Level. Wir gehen hier Shielded Favor. Also holen wir das, dass man schildt. Dann müssen wir den Fahrstörben nutzen, aber wie gesagt. Wollen wir ganz kurz mal kurz was gucken? Hm. Hm, ja. Die eine ist, aber Chris ist immer da. Was zur Hölle hat, ist mit Elena Peers passiert, als die Chris? Ist das auch schön? Wir kommen hier rüber, Ahel. Ahaha. Doch, weh sogar. Ah, ah, ah. Hallo. Oh, schönes Gebiet. Nein, unsichtbar verwandt regelt. Man kann das Ding benutzen. Ach. Ahahahahaha. Was soll das sein? Du schallst dafür, wenn du da E drückst, ne? Ich weiß. 5 Dollar. Das habe ich gesehen, bevor ich gedrückt habe, aber leider nicht mehr im Rücken genug, um es wieder aufzündersdrücken. Wir müssen... Zwei mal bezahlen. Achso, wir müssen hier runter. Ich habe das Tor geöffnet schonmal. Ah. Aufzünder. Das sieht echt gut aus. Links müssen wir uns hier halten, glaube ich. Zum Fahrstuhl. Am Hafen sind wir. Mein Schild ist kaputtgegangen. Ich bin auf die Fresse. Okay, jetzt regeneriert es sich. Nimm mal Deckung. Nimm mal Deckung? Aha. Der gute Claptrap wollte es reparieren. Ey, hier ist diese geile Kiste. Komm mal hoch. Nö. Äh, er wollte nicht reparieren, er wollte sich integrieren. Hier. Oh. Oder? Ich meine, dein Schild. Ja. Lief ganz hier. Gerade deine Waffen allein. Alter, der Claptrap-Wall hat sich vergangen. An diesem guten Station-Ding. Geld. Geld. Psychos. Ich treffe mich so auf jeden Fall. Ihr lieber Rano, persönlich. Der brennt. Alte Granate geschmissen. Hade! Geh! 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 Da! Hör! Hör! Geh! Jaaaaaaah! Huh! Hör! Dann, bisschen backenstoff-hat-heide. Ich schaue gegen die richtigen Leute, ja? Explosive Gas, ich will ihn smaschen. SMASH! Ah, brennt! Ach, du hast drauf gehauen. Ja, klar. Da kam Cash raus. Oh. Okay, wer macht's? Durchlaufen? Ja. Schnell. In der Kiste. Du hast keine Schild mehr. Oh, ich hab's! Du musst nur... Wenn ich könnte, ähm, eine Beweisung machen. Du könntest die Fusebox, um die Elektrizität auszupassen. Dann holst du den Kapazator. Oh, vielleicht holst du ihn mit deinen Zutaten! In generell, ignores irgendwelche Tipps, die Klaptrap gibt. Okay. Wenn wir tun. Ist das die Kiste hier? Nein, da. Ich hab's gehört. Da kommt. Oh, oh, hier kam noch Kacke raus. Darf man das sagen? Äh, weiß ich nicht mehr. Oh, hier ist eine grüne Pistole. Eine frische... Der Name. Die frische Waffe, ja. Jetzt bin ich ganz frisch. Ähm, die explodiert wie eine Granate, wenn du nachläbst. Ja, mach doch mal. Ich hab die letzte genommen. Ich hab die letzte genommen, das bist du dran. Was? Soll ich die nehmen? Ja. Das ist eh Level 4. Ich nehm mal den Kapazitator. Just plug that fuse into a Brewster's Powerbox and you'll be able to ride the elevator! Äh, andere Richtung. Wir sollten doch mal gucken, ob wir hier wieder so ein Zeichen finden können. Weißt du, so ein Geheimnis. Aha. Dann eher da hinten vielleicht, oder? Ja, ich denke, dass wir da hinten auch mal hin müssen. Also nach Norden. Ja, das heißt, ich denke. Ja, da gibt's ne... New Hit. ...n Ausgang. Ah, man kann die Karte mit M öffnen, aber nicht wieder schließen. Da muss man X drücken oder Escape. Hier wurde noch geschossen. Der Typ, der offen steht, ja. Aua. Aua. Verdammt. Die extinguiert. Die schmeißen Granaten. Ja, von da oben. Da oben wollte ich hin. Ja, der Typ ist irgendwie... Oh, Scheiße. Einen hab ich. Ich will aber nur hier oben und ist das... Ja, da oben gekommen. Ähm, es ist eine... ...brennende Pistole, die nehm ich da mal mit. Anstand unsichtbar geworden. Ja, der Typ ist da oben zum Ärger. Das ist glaube ich Baron Flynn, äh, so. So, brennende Pistole kommt auf den Slot unserer... Hm, Mini-Gar... Mini-Uzzi. Jetzt hier um die Wand laufen. So, hier unsere brennende Pistole. Ach man, da oben ist noch was. Ich seh's. Bleib bei stehen. Ich kann's hier drauf springen. So, ich würde sagen, dass der zweite Part sich hiermit dann gleich beendet. Zeitlich, wir sehen. Oh, den machen wir noch. Wen machen wir noch? Den großen. Den Brett, Bullimon. Peng, 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 peng. Da ich explodiert bin, darf ich nachladen. Ah, wie geil. Zeig mal. Er wirft sie auf den Gehter beim Nachladen und die explodiert dann. Geil. Dann baut er sich ne neue. Ah, Steiner. Jetzt hab ich keine Hilfe mehr los mit der Waffe. Oh, was ist das? 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 Ich hab die letzte aufgehoben, wir möchten ja immer ab und grünen Waffen. Ja, es sei denn, wir wissen nicht. Ja, es sei denn, wir wissen nicht, Waffen spezialisiert sind. Yeah, die Knappe ist geil. schießen und werfen. Kann man sich eigentlich an den Dinger nicht vorbewegen? Ne. Das ist nur... So, hier geht es ja jetzt weiter zum Sausen und Chef. Da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen ja in die andere Richtung. Ach, das ist doch ein schönes Frech. Mein Gott, Alter, habe ich doch nicht. So, aber wir müssen da ja gar nicht durch, oder? Ne. Karte sagt nach Norden. Ja, gut. Deswegen werden wir den Part jetzt hier behenden und wir sehen uns gleich wieder. Macht tschüss!